Na, da liegt ein Schuhe auf der Straße. Hat wohl hier eine sehr ruppige Festnahme gegeben. Da vorne gibt es auch einen Verletzten. Ja, immer wieder Jagdszenen hier von der Polizei, verletzte Menschen. Ja, auch da, ich sehe hier 1, 2, 3, 5 verletzte Personen hier bereits durch Knüppel-Einsatz der Polizei. Die sind einfach ringeran, hallo, sie knüppeln, Leute.